Haben Sie die Verpackung gepackt? Ist das Befekt, dass Sie bei sich arbeiten ausschließlich in Ihrem Besitz gewesen? Mr. Browning? Oh, ja. Haben Sie Becken von unbekannten Personen erhalten? Schon gut. Wie Ihr Geburtstag? Was? Wenn man Ihr Geburtstag umdreht, ergibt das die Abfugzeit. 25. September, 9.25 Uhr. Lass den Mist machen. Hey, hey, George. Dad hat gesagt, es ist schon ein Spider, okay, man? Ja, schon gut. Also rück die Hälfte von der Kohle raus. Hey, hey, hört auf. Ach, ich ach. Danke. Bitte. Alex, kommst du mal schnell mitscheißen? Kannst du nicht allein scheißen gehen? Nein, 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 Mann. Dann hör mal zu, ja? Ein gut gemeinter Rat. Wir treten gleich einen Sieben-Stunden-Flug an. Die Clues an Bord sind wie schlecht belüftete Spinde, wenn überhaupt. Sagen wir mal, nach der Hälfte der Strecke will dein Körper den Flugzeug fraßlos werden. Du salzt ein Monsterschiss ab und gleich nach dir... Wer steht da vor der Tür und will rein? Christa oder Blake? Willst du echt, dass sie dich dafür verantwortlich machen, dass sie in die Augen drehen? Oder dass sie unter reflexartigen Würgeanfällen leiden? John Denver. Ja. 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 Ja.